hallo leute und herzlich willkommen zu let's play minecraft smash mit dem magnus und dem jonas so nicht unbedingt in dieser reihenfolge der jonas dreht hier fröhlich seine runden wie ein hamster im rädchen und der magnus ist wo hier ich bin jetzt so der mega spabo oder der telekom so viele werden wahrscheinlich den smash spielmodus schon kennen und für die die nicht kennen werden wir es einfach mal zeigen seid ihr bereit so welche map wollte der magnus research lab da sind gerade schon zu viele schlechter moderator das ist gerade egal ob wir in research lab schon lokalos okulos 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 nebenbei ist das mein lieblingsmapper obwohl ich da kein Spiel kann er interessiert ja mal keinen wir werden das wahrscheinlich öfter spielen und wir werden das immer so machen magnus sucht die erste map aus dann der jonas und zum schluss ich jonas machen wir team gegen den noob der hier gerade gejoint ist ok meinst du jetzt mich oder den komischen anderen typen den gameskiller kommen wir machen gegen die beiden noobs er hat die zahl 666 im namen er ist das kind satans er ist weg das sehe ich ein jetzt geht los ist er weg ja jetzt hatte der typen gast auftritt von circa zehn sekunden bei uns denkst du fühlst dich jetzt geehrt da ist gerade bei mir ein scharf gespawnt so wir müssen unsere gegner schlagen und sie kriegen mehr prozentige öfter wie sie schlagen und je mehr prozent sie haben desto weiter fliegen sie weg aber blick mal david ich soll ja ich soll ich sollte in der aufnahme nicht rein und übersteuer ich ne das ist mir egal kann's ruhig machen es gibt dann noch sehr viele items die sehr hilfreich sind und mit diesen items kann man halt besser schlagen oder mehr prozente geben und manche helfen oder als weniger prozente bei sich selbst kriegen ja genau es gibt es hier vorsichtig das essen sorgt dafür dass wir weniger prozent haben oder die offen zu warte ich stecke in der wand und krieg laufen prozente 600 700 das ist unfair du hast siebenhundert ja sicher und dann sehen wir mal wieder wer die pro gamer sind und wer hier denn ich glaube bisher fast gar so viele matches gewonnen ja noch bin ich nicht weg ja ich hab 800 prozent jetzt bist du weg nein nein david spasti ist er schon wieder ist er unten auf den der hat siebenhundert prozent habe ich gewonnen hat ja siebenhundert prozent rabatt bei obi hat gerade krass geleckt na und ich bin in lava verreckt der david hat siebenhundert prozent rabatt bei obi nein ich hab achthundert zwanzig prozent jonas wenn du schon so was sagst dann bitte richtig danke leckt das gerade und ich war haast bei mir nicht ich dann unten auf der plattform auch drauf dir hin machen hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock-hock. Hast du da ne awesome soup? Meine Maus-Soup? Ich will auch ne awesome soup, die ist so awesome. Ich will auch... also gut, jetzt wird mir die awesome soup wahrscheinlich auch nicht mehr viel helfen, aber... Ahhh! Hilfe... wo ist der Mackens? Ich will den Mackens! Was ich an diesem Server bisschen nervtötend finde, ist das... Seid Dank, ey! Dass hier alle Chats angezeigt werden und nicht nur von dem, wo du gerade drin bist. Ja, gut. Also Leute, ihr habt gesehen, ich hatte sehr viel Prozent und bin sehr weit weg geflogen. Das mit der Wand war übrigens quasi, sag ich mal, ein Versehen. Du hast mich nicht einmal getroffen. Ja, ich weiß, meine Feuerblume war nach zwei Schüssen leer. Aber ich habe Jonas getroffen. Immer ein halbes Ziel erreicht. Ach, da ist der David. Nein! Ja! Du unbedeutigst! Der Magnus hat drei Leben noch. Das ist un... Das ist noch nie gewesen. Noch nie! Das ist unfasslich. Unfassbar. Was ist da? Obwohl ich mich kenne, werde ich mit so etwas von 100% abschließen, weil... Ich kriege ich... Ja, Rambo, Rambo! Fliegt man hier ganz schön hart durch Rände. Das tut weh. Alter, wir haben gleich die Map durchstoßen. Ne, das ist riesiger. Ich habe den David schon mal durch den Berg gegraben. Ja, Gott, da machst du nix, wenn du da so viel Prozent hast. Mu, ich habe Speed. Das ist eine Droge. So, hier habe ich jetzt The Shot Bow. Und damit ist er da, wie der Mu wägt es. Alter, das musst du dir auf deinem Ansehen, wie ich auf der Kante gelandet bin. Da regst du dich auf. Ich bin ein crappy Snowball. Ach, daneben. Oh, nee. Lol. Trifft er auf die Inferno mit dem Shot Bow. Jetzt habe ich mich kapiert. Nein, nicht immer an die TNT. Nicht immer. Höh! Nein! Wo bin ich denn hingeflogen? Ich habe ja 130%! Was? Wo habe ich die Prozente her? Höh? Das war nice. Wo habe ich die Prozente her? Das war von mir nur, was du gesagt hast. Ich bin im TNT gelandet. Jetzt verstehe ich. Alter, der Magnus will mich besiegen. Das kann ich nicht zulassen. Jonas, guckst du zu? Sieg ihn, sieg ihn. Ja. Du willst auch nicht, dass er gewinnt, oder? Ach, der ist weg. Doch, ich will, dass er gewinnt. Mach ihn fertig. Ja. Mach ihn platt, Junge. Das wäre die erste Runde, die ich jemals gewonnen hätte. Nee, lass mich dein Ernst, David. Vergiss es. Mit dem Teller machst du mich nicht kalt. Ja, du hast zu wenig Prozent. Oh, doch. Was? Loll, da bist du. Glücklicherweise hat der David die Angel ein bisschen falsch angewandt. Halt die Schnauze. Ich benutze die so, wie ich das für richtig halte, ja? Du kannst mir nicht erklären, wie das geht. Boah, wie wir hier wie so zwei Deppen im Rad rennen. Ich laufe einfach, bis ich ein Item finde. Ich habe Angst vor dir. Ich muss die Wolken ausmachen. Jonas, erinnere mich in der Lobby da dran. Ach, stimmt. Ja, die Wolken müsste ich mal ausmachen. Ja, die habe ich auch ausgemacht. Aber wenn ich jetzt ins Menü gehe, bin ich eh dran, weil der David so einen Scheiß. Weil ich dann auf einmal bei dir stehe, wahrscheinlich. Nein. 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 Und da hinten meine Daunen sind die zwei Vollspacken vor dir. Es gibt doch einfach nichts Schöneres, beim Verrecken zuzusehen. Oh, doch, das gibt es. Ein Schiff Tilo beim Verrecken zuzusehen. Beste Freunde für immer. Hö, was jetzt passiert? Ach, das war der Jonas, okay. Ach, David, wo bist denn du? Ich habe ein schönes Eisenschwert für dich. Ah, das ist geil. Geh' ich mal ein König-Käsebrot mit Eisen. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ah, ja, was ich sehr empfehlen darf, sind, um Schleichwerbung zu machen, die Schogetten mit Milch und Calcium für Kinder. Die schlägt gerade selber. Das sind 100 Euro auf und verkauft. Ja. Jawohl, Junge, so muss das aussehen. Ja, David, da fährst du genug Prozent, als wenn ich schlau bin, was ich leider nicht bin, was das Problem ist, mit einem Hit hier runterkicken könnte. Boah, das ist jetzt schon wieder direkt ein Eisenschwert, ja, was ist denn das? Ich bin von einem Eisenschwert gestohlen. LOL. Das ist nicht wahr. Ja. Weißt du, der David gewinnt immer auf diese Art und das ist so, bitte, da sagen meine Freunde zu mir, David, wir wollen nicht mehr mit dir spielen. David sein, wann mögen wir denn mit dir spielen, du zwingst uns so dazu. Weißt du, ich fände es gut, wenn beide Freunde mich so etwas nennen würden wie Glücksritter, aber nein, sie nennen mich Scheißlacker. So, ich mache mal gerade die... Ja, Glücksritter sind Scheißlacker. Aber das klingt edel. So, jetzt muss der Jonas seine Map aussuchen. Jetzt muss der Jonas seine Map aussuchen. Man ist halt nicht edel, wenn man sich jeden Tag in der Scheißwelt. Du musst deine Map aussuchen. Das ist halt einfach so. Ja, so meine Map aussuchen. Äh, äh, echt, ne. Äh, 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 äh. Katsvichul. Katsvichul. Ich habe da noch nie gespielt. Habe ich da schon gespielt? Darf ich mich auch dagegen beschweren? Nein. Nein. Du hast kein Stimmrecht. Ach, aber du, David. David, du leidest doch unter Minderwertigkeitskomplexen. Was? Warum? Ich habe ein schönes Leben. Würde ich dann auch sagen. Hm. Oh, meine Cola ist alle. Das ist ja gay. Nom, nom. Erstmal ein Pö. Magnus, wenn du schon, äh, Jonas, wenn du schon Müll laberst, dann ins Mikro. Irgendwie ist der Jonas gerade voll leise und so. Ja, weil der gerade, weil der gerade von... LOL, LOL, was, was ist denn mit dem Brunnen los? Der ist schon immer so buggy. Oh, der fällt erstmal in meine, äh, in meinen Nate rein. Wer? Du. Der war so dumm. Du. Oh. Komm mal hier hoch, David. Oh, Penis im Gesicht. David, da ist Wasser. Oh, fuck, stimmt. Ja, jetzt ist zu spät. Scheiße. Bist du dumm? Scheiße. Wieso? Nee, noch mal. Fälligkeits. Kannst du mal aufhören? Löh. Du müsstest doch, du müsstest doch begriffen haben, dass es nix bringt, mich anzugreifen. Ja, aber die Zuschauer sollen sehen, was du für ein kacken Noob bist. Ja, ich bin ja kein Noob, wenn ich am Ende gewinne. Doch, dann bist du das rechten, Noob. Dann hast du ohne Würde gewonnen. Was, warum das denn? Du hast ohne Würde gewonnen, weil ich über 100% hatte und du 0. Und ich das gefickt hab. Das ist ne Lüge, da kann keiner beweisen. Nein. Ich hab's in der Aufnahme, du Lüge. Das ist schon auf Video, aber... Ich hab's in der Aufnahme. Nein, dat ist kein Beweis, wie kannst du auch mit Photoshop arbeiten haben. Exact. Ja, exact, genau. Ja, weil der David so gut mit Photoshop macht. Ja, keine Ahnung. Ich kenne David erst seit gestern. Au. Ja, Leute. Das musst du dir ansehen, dat war geil. Ja. Ich bin da. Oh. No, wo ist mein Spielzeug hin, Mann? Cool, das ist toll. Weil's so, es gibt Leute, die haben einfach kein Leben. Und da sind so Leute... ...die dann schreiben, Oculus ist toll in den Chat. Weißt du, da sind so Leute wie du, David, die haben kein Leben und keine Freizeit. Also Magnus, siehst du die Nades nicht oder hörst du die nicht? Doch, ja, ich hab das irgendwie für ein Item gehalten, mal wieder. Ja, manchmal fliegt sie so weit weg, dass man gar nicht mehr sieht, ey. Da gehen auch mal die Maps hoch. Nö, Sache nicht, ja. Weißt du, ich hoffe einfach, dass wir alle gleich laut sind. Nö. Ich dachte, du hättest es halt ausprobiert, mal. Hab ich ja auch. Wir sehen auch alle gleich laut aus, aber... Kann ja immer was passieren. Ja, Geld kann zum Beispiel sein, dass... Ach, nee, kann eigentlich nichts passieren. David, weißt du eigentlich von AMD? Ich? Von AMD? Nichts. Komm schon, David, verreckt. Dein Herr... Man leckt ihr beide so krank. Alter, bei mir leckt grad gar nix, beim Lüft grad alles sauber. Bei mir leckt aber auch ein bisschen. Ja, nur ein bisschen, ein bisschen. Oh, ich hab wieder mein Spielzeug bekommen. Ah, oh, Alter, Jonas, du hast mich direkt ins Wasser gehauen, nachdem ich am Brennen war. Just the crap you. Oh, go. Magie. Ja, ich bin der Wester im Umgang mit der Flumen des Feuers. Ist einem mal aufgefallen, dass bisher noch keiner gestorben ist? Ja. Bei der Map hier kannst du echt... Zu dritt kannst du bei der Map hier echt fast nicht verrecken. Es sei denn du heißt, Tilo steht ein und wohnt in... Ah, nee, ich sag keine Wohnung mehr. Ich wollt grad sagen, außerdem, der Tilo hat das noch gar nicht gespielt bisher. BEDUS! Ja, ich weiß. Ich hab das schon wieder für ein Item gehabt. Dafür hab ich dir nen Headshot gegeben. Nix. Headshot, oh fuck. Oh, ho, 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 ho. Da wollte er es aber, ey. Alter, hör auf! Nein, du Wixer! Du Wixer, du Wixer, du! Nein! Alter! Wie hoch ich geflogen bin? Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab kein Item gehabt. Wo bist du? Auf dem Dach der Kirche! Wie kommt man denn da hin? Wie kommt man denn da hin? Indem man irgendwie so hoch geschleudert wird! Wo ist denn der Jonas? Ich will mit dem Just- Ich hab dich fast mit dem Crappy Snowball getroffen. Ich geh jetzt ganz nah um und guck mir das mal an. Was ist denn? Hier oben liegen sogar Items! WDF! Ja, die spawnen halt random, die Items, ne? Und so. Was mach ich jetzt damit? Das bringt mir jetzt gar nichts. Boah! Das hier langweilt mich so langsam die Maps hier. Scheiße! Toll, das bringt's jetzt auch nicht, aber egal. Immerhin! Ach ja, Grüße an Fabian Schneiders, ne? Äh... Hä? Warum? Ich schnurre damit zu ärgern. Nö, ich hab da kein Problem mit. Wo seid ihr denn? Ich bin da... Ah! Endlich ein Jetpack! Ähm, das Jetpack hilft einem, weil da kann man mit dem Rechtsdick dann hochfliegen. Also wenn man halt kurz vor Mutter fallen ist. Was hat er... ...uh, hohohoho! Was passiert hier? Ihr sterbt einfach nicht. Hier stirbt echt keiner. Ja, doch, der mag ihn mir. David, Du meinen Uhrensohn. Oh, alter schon wieder?! David, was kannst du eigentlich aus dem Umdoom? Verglegt doch mal! Ohne Spaß geh ich sterben. Der Magdus immer aufregt, nur wenn er gestorben. Nein, nicht, wenn einer gestorben ist, wenn ich von dir gekillt werde! Liebe Zuschauer, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr übersteuert. Ne, ne, das ist schon alles gut. Entschuldigung. Nein! I'm so mighty! Markus, ich möchte nicht mehr mit dem spielen. Nein, ich auch nicht. Das ist so gay. I'm so mighty. David, vergiss es. Wenn du mich eben mit so einer Scheiß angeltrollen darfst... Alter! Ich bin tot. Halleluja. Ich meine, ich hatte zwar 300% und so, aber egal. Wieso wollt ihr eigentlich beide mich töten? Können wir uns nicht darauf einigen, dass ein Spiel alle gegen alle ist? No. Hilfe! Hä? Hä? Nicht, wenn ich mich spiele. Alter, hör doch auf! Nein! Ich versuch jetzt da hoch zu... Ich hab mal da immer voll die geilen Items sporen. Ich wette, wenn der David hier in der Aufnahme so megas verkackt und so, dann wird der sagen nur, dann lade ich jetzt nicht hoch. Oh, na. So bin ich nun auch wieder nicht. Wie viel Pech kann man denn haben? Wat? Ich hatte 20%, aber der David kickt mich da runter. Genau! Und hier liegt ne Awesome Soup. Wie viel Pech kann man haben? Und dann würdest du mir sagen, du cheatest nicht, du Kleiner! Und dann oder so ist das oder? Und dann? Man muss uns verpünden! Oh, nicht was... So viel Nubigkeit wird in Deutschland verboten! Nein! jetzt so ein verfickter Endermanswort das war wirklich ein Endermans Fick dich Endermans darf ich auch nicht schlagen dass es nicht Sinnes spielt das müsst ihr euch in der Aufnahme sehen wie geil dann aus wenn ich einer nach dem Anderen wie Lemmy gefallen soll oder weißt du was David leck mich am Arsch und du mich Alter war das geil der Jonas auf damit das ist gefährlich an die Map hier fände ich auch zu groß für drei Spieler die ist ja auch für zwölf Spieler vorgesehen ja vorgesehen oh sorry Jonas wollte ich nicht wollte den kleinen Darm wir müssen uns ja verbinden findet ihr das nicht ein bisschen gemein ne gerade nicht Alter könnt ihr mal aufhören wieso fällst du nicht ohne Scheiß ne das ist jetzt nicht dein Ernst das ist doch nicht normal könnt ihr mal aufhören Alter Alter wie weit er mich schleudert LOL das kann echt nicht wahr sein wieso kannst du Leute so weit schlagen ne ich treffe halt gut was weiß ich man kann nicht gut treffen das geht nicht ich kann nichts dafür vielleicht hab ich Glück vielleicht bist du rein fahrst einfach Hex angemortt ich hab kein Spaß wenn ich jetzt gerade kein Feuerzeug gehabt hätte wäre ich schon wieder tot gewesen ich habe aber ich bin im Wasser muss auch machen boah erstmal wieder geile Milch und Calcium Schokolade fressen Calcium Schokolade von Schogetten wow die ist gut das ist Männlichkeit overloaded ja ich weiß die ist auch da steht Raub für Kinder fuck da war der Zau da kann ich jetzt echt nix für Entschuldigung dass ich nicht verrecke Raub für Kinder und ich hab so gedacht eigentlich muss ich Schokolade ja mega scheiße weil das klingt schon komisch aber also wenn du die probierst das ist aber geil kennst du Toffeefe ja Toffeefe mag ich nicht und die da hatte ich jetzt so extremes Glück da tut es mir selber wirklich leid und die Füllung von Magnus Magnus ganz kurz ich hab den Jonas geschlagen dabei ist ein Loch im Boden entstanden der Boden ist anscheinend nur zwei Blöcke breit und der ist da durchgefallen nachdem er von der Klippe wieder hochgesprungen ist oh das ist ja geil nein das also da tut es mir jetzt sogar echt leid ich will jetzt die Secret Map ja ne ich muss auswählen ich würd die jetzt auswählen der David ist dran mit aussuchen Secret Map das ist jetzt nicht euer Ernst wisst ihr wie lange das jetzt dauern wird bis ich da bin das sagst du jedes Mal jedes Mal bist du dann nach zwei Minuten oben naja das ist so einfach das zu springen Alter Jonas jetzt weg nicht wenn du hier in den scheiß Lobby-Server rum wuchst wie ein wuchstode ha 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 bin ich nicht du nö verstört das ist halt scheiße und keiner kann nicht mehr das war irgendwie echtes ich muss mir den Kopf rennen was ist das denn für ein Wichser geh weg keiner will dich verpiss dich ich mag die Secret Map auch nicht das nach verdammt was ist denn jetzt los nichts ich musste den Firefox-Bug ausmachen